Was sind eigentlich Lotto-Spielgemeinschaften? Wir von der Euro Lotto-Tipp AG, kurz ELT, finden, es ist an der Zeit, das zu erklären. Erst einmal die Basics. Bei einer Spielgemeinschaft schließen sich mehrere Spieler zusammen, um bei geteilten Kosten gemeinsam mehr Lotto-Tipps abgeben zu können. Die Teilnehmer können bequem von zu Hause aus ihren Mitspielbeitrag bezahlen. Und natürlich werden auch die Gewinne unter allen Teilnehmern der Spielgemeinschaft aufgeteilt. Zusammengefasst heißt das, weniger bezahlen, größere Gewinnchancen. Klingt gut. Und wie läuft die Teilnahme an Spielgemeinschaften von ELT ab? Ganz einfach. Nach der Anmeldung und Zahlung des Beitrags können sich unsere Teilnehmer zurücklehnen. Denn ab jetzt übernimmt das Serviceteam von ELT. Für unsere Mitglieder stellen wir die Spielgemeinschaften automatisch zusammen, füllen die Tippscheine aus, tätigen die Spieleinsätze an den Annahmestellen, informieren die Spieler über alle Spielzahlen und Gewinne, holen die Gewinne bei den Annahmestellen und wickeln deren Auszahlung ab. Zudem sind wir sogar berechtigt, Verrechnungssteuerdokumente auszustellen. Ein All-Inclusive-Service also. Zusätzlich stehen unseren Teilnehmern online von ELT jederzeit alle Informationen rund um die aktuellen Spielzahlen, Einsätze und Gewinne zur Verfügung. Dieser Rundum-Service von ELT ist seit 2007 einzigartig in der Schweiz. Überzeugen Sie sich selbst und gewinnen Sie mit unseren Spielgemeinschaften. Mehr Informationen unter eurolotto.ch eurolotto – wir machen Gewinner!